Hallo an alle Musikpädagogen, Pädagogen, Kindergartenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mein Name ist Mario Koppertz und ich bin bei Zauberbaum Records für die Musikproduktion zuständig. Ich möchte Ihnen heute unser Mitspielkonzept Musiktherapie 2 einmal vorstellen. Wir benötigen dazu lediglich ein Xylophon, Metallophon, Boomwalkers oder jegliches Rhythmusgerät, mit dem Sie zu einer Musikbasis dazuspielen können. Auf der CD Musiktherapie 2 befinden sich 8 Titel von jeweils über 7 Minuten Länge, bei denen zu jedem Song 5 Töne angegeben sind, die Sie bitte auf Ihrem Xylophon auflegen lassen und alle anderen nicht benötigten Töne entfernen. Ich mache das jetzt mal kurz für Sie vor. Die CDFG. Werden übrigens auf dem Album nur Kombinationen verwendet, die Sie auch bei Ihrem ganz normalen Xylophon, Metallophon dabei haben. So, dann starte ich die Sache mal, dass Sie sich einen Überblick verschaffen können, wie das Ganze funktioniert. Die CDFG. Werden übrigens auf dem Album nur Kombinationen verwendet, die Sie auch bei Ihrem ganz normalen Xylophon, die Sie auch bei Ihrem ganz normalen Xylophon, die Sie auch bei Ihrem ganz normalen Xylophon, die Sie auch bei Ihrem ganz normalen Xylophon. Die CDFG. Werden übrigens auf dem Album nur Kombinationen verwendet, die Sie auch bei Ihrem ganz normalen Xylophon, die Sie auch bei Ihrem ganz normalen Xylophon, die Sie auch bei Ihrem ganz normalen Xylophon, die Sie auch bei Ihrem ganz normalen Xylophon. Sie sehen also, jede Kombination ist möglich und Sie werden immer ein harmonisches Ergebnis erhalten. Ja, damit ist eigentlich schon der praktische Teil abgeschlossen. Was dazu noch zu sagen wäre, ist, dass hiermit bei den Kindern die Augen-Hand-Koordination gefördert wird, die Musikalität natürlich sowieso, was im späteren Musizieren vielleicht dazu führt, richtig von falsch auseinanderzuhalten oder ein Empfinden dafür zu entwickeln, was harmonisch miteinander geht. Ein Konzert von den Eltern könnte so zu einem verblüffenden Erfolg werden und Sie sollten sich auf unserer Website umschauen, in der Presseabteilung. Die ganze Sache ist denkbar einfach. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall super viel Spaß bei Ihrer Arbeit am Menschen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall super viel Spaß bei Ihnen.